Das war's für heute. Teilweise breitschlagen lassen und wir sehen hier einige Auszüge aus dem kommenden FPS-Modul. Da dieses noch nicht erschienen ist, ist es klar, dass das hier noch nicht das fertige Produkt ist, sondern das sind Daten oder Spielszenen, die von einem Community-Mitglied aus den geleakten Daten von Discolando zusammengebastelt wurden. Ich hatte mir eigentlich fest auf die Fahne geschrieben, nicht über den Leak zu berichten, um Star Citizen und auch Cloud Imperium damit nicht zu schaden. Das wird auch weiterhin so bleiben, was die Schiffe und sonstige Informationen zu dem Spiel angeht. Ich denke, dieses Video hier zu dem FPS-Modul kann ich ruhig zeigen, denn erstens mal haben wir das Modul schon gesehen in einer vielleicht noch früheren Form und zum zweiten steht es ja auch sehr kurz bevor. Das heißt also, das schauen wir uns jetzt einfach mal an und ja, ich hoffe einfach, dass ihr da einigen Spaß mit habt. Ich kümmere mich währenddessen mal um die Fragen und da haben wir direkt die erste Frage, die da wäre. Wenn man Schiffe über das Moby-Glas verkaufen kann, wie ist das denn später bei der Piraterie, wenn jemand ein Schiff kapert und er den Kapitän des gekaperten Schiffs dazu zwingt, über sein Moby-Glas sein Schiff an den Piraten zu verkaufen, weil er sonst getötet wird? Das ist natürlich eine interessante Frage und auch eine interessante Überlegung und prompt sind auf Facebook da einige in diese Konversation eingestiegen und haben geschrieben, ja, das ist ja toll, ich bin Pirat, das mache ich so und so weiter und so weiter. Da wurde ich nach meiner Meinung gefragt und die werde ich euch gerne kundtun. Ich finde diese Idee zwar sehr gut, aber nicht so schlimm, denn wer dann sein Schiff an den Piraten verkauft, der ist selber schuld. Das heißt nämlich, dass ihr das Schiff mit der Versicherung und allem Krams verkauft und somit habt ihr keine Chance mehr, dieses Schiff ersetzt zu bekommen. Das heißt also, diese Vorgehensweise könnt ihr versuchen, wenn dann wirklich jemand so doof ist, sein Schiff zu verkaufen, dann soll er das bitte tun. Ich an meiner Stelle würde mich auf jeden Fall abschießen lassen und töten lassen, weil dann kriege ich wenigstens mein Schiff ersetzt. Ich habe zwar ein Leben verloren, aber das ist dann halt diese blöde Situation, dass man eben sich hat von einem Piraten kapern lassen und von daher auf jeden Fall der bessere Weg. So, ich hoffe mal, das reicht euch als Antwort auf die Frage. Nächste Frage. Wird es Möglichkeiten geben, seine Schiffe zu taufen? Also kann man sein Schiff mit Namen personalisieren. Zum Beispiel F7C Mücke. Finde ich einen coolen Namen. Auch das habe ich schon gehört, dass es also möglich sein wird, seinen Schiffen Namen zu geben. Zumindest im Schiffscomputer und vielleicht in seiner Schiffsliste im Hangar. Gegebenenfalls kann man sogar Namen draußen auf die Seite über diese Skin-Funktion. Man kann ja auch Schiffe dann nachher individuell bemalen. Vielleicht kann man dann auch draußen den Namen draufschreiben. Ich bezweifle nur, dass es irgendwo im Universum von Computer-Stimmen oder NPC-Stimmen diesen Namen dann gesprochen geben wird. Aber ansonsten wird es, denke ich, möglich sein, diese Schiffe zu personalisieren. Da habe ich auch schon von sehr vielen gehört, dass die sich Namen für ihre Schiffe ausgedacht haben. Das habe ich auch schon selber gemacht. Das heißt also, da rechnen wir doch mal fest mit. Nächste Frage. Bei der Einzelspielerkampagne Squadron 42 wird es da zwingend nötig sein, beim UEE Navy anzuheuern oder kann man sich zum Beispiel auch bei den Marines einschreiben? Ich glaube, Squadron 42 ist eine wirkliche Einzelspielerkampagne, die ähnlich anzusehen ist wie eine Einzelspielerkampagne in einem anderen Computerspiel. Und da wird es, soweit ich weiß, eine Laufbahn geben. Die wird auch relativ linear sein. Das heißt also, da kann man sich jetzt nicht in einem Open-World-Universum mal hier einen Auftrag holen, mal da einen Auftrag holen, sondern da geht es ja sehr viel mit Rendering-Szenen ab. Also beziehungsweise mit Video-Szenen einfach. Ja, und dazu sind ja jetzt auch die Motion-Capture-Aufnahmen gerade am Laufen. Und ich denke, das ist alles sehr durchstrukturiert, diese Einzelspielerkampagne. Von daher kann man dann nicht zwei verschiedene Laufbahnen einschlagen, die nichts miteinander zu tun haben. Vielleicht hat man mal Missionen bei dem einen und mal bei dem anderen, also mal bei der Navy, mal bei den Marines, aber entweder oder wird es da, denke ich, nicht geben, habe ich auch noch nicht gehört. Nächste Frage, worum geht es hier? Um die Cutlass. Da hat sich also jemand eine Cutlass Black gekauft, die zur Blue gemacht und ihm ist aufgefallen, dass der Docking-Port, beziehungsweise das Docking-Collar bei der Blue fehlt. Ob das denn noch kommt? Also, soweit ich weiß, auf der Ship-Specs-Seite steht ein Docking-Collar bei der Cutlass Blue, sogar ein sicheres Docking-Collar, was das auch immer heißt. Aktuell ist es richtig, dass es bei dem Schiff im Hangar nicht zu sehen ist. Die Cutlass wird ja auch gerade komplett überarbeitet und auf den ersten Aufnahmen, die man da so gesehen hat, sieht sie schon mal komplett anders aus, als das, also auf jeden Fall im Innenraum, als das, was wir bisher kennen. Von daher würde ich da einfach mal abwarten. Ich habe da leider auch keine näheren Informationen zu. Ich weiß nur, dass sie aktuell keinen Docking-Collar hat, auf der Ship-Spec-Seite aber steht, dass sie ein sicheres Docking-Collar kriegen soll. Von daher, leider kann ich dazu nichts genaueres sagen. Dann haben wir die nächste Frage. Da wird sich gewünscht, dass ich zu dem Spiel Freelancer, also zu dem vorherigen Projekt von Chris Roberts, ein Let's Play mache. Das ist natürlich eine Sache, die nicht so eben mal produziert ist. Das ist schon eine größere Angelegenheit und da ist jetzt mal die Frage an euch, ob ihr denn sowas sehen möchtet und ob ich mich daran mal versuchen soll. Mit genügend Resonanz und Interesse daran würde ich mich, denke ich, da mal rangeben. Wie gesagt, Freelancer ist, wenn man keine Mods benutzt und es einfach so spielt, wie es damals geplant war, ein Spiel, was sehr lange Spielzeit erfordert. Und von daher ist da meine Frage, ob man gegebenenfalls mit Mods, also Hamburg-Mod oder ähnlichem, da arbeiten soll oder das Spiel einfach so durchspielen soll. Und ja, ob ihr da Interesse dran habt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben und ich werte das dann mal aus. Nächste Frage. Wird man nur mit Drake-Schiffen effektiv Piraterie betreiben können oder gibt es zum Beispiel auch eine Vanguard oder eben eine Gladiator, der leichte Bomber? Ja, das ist eine gute Frage. Normalerweise ist Drake natürlich keine ausgeschriebene Piraterie-Marke. Ja, das möchte sich Drake Interplanetary auch nicht auf die Mark, auf die, ja, auf die Unternehmensseite, Homepage schreiben. Diese Schiffe sind dafür natürlich relativ gut geeignet. Ja, man denke an die Caterpillar oder an die Cutlass natürlich. Die Cutlass Black kommt ja sogar mit einer Piratenskin standardmäßig, mit so einem Säbel obendrauf und so weiter. Daher liegt das natürlich nah und daher wird sie damit auch immer in Verbindung gebracht. Aber natürlich könnt ihr mit jedem Schiff nachher Piraterie betreiben, mit dem ihr den Piraterie betreiben wollt. Es ist halt immer eine Frage, wie gut es dafür geeignet ist. Und die Cutlass-Reihe ist da relativ gut für geeignet. Sie ist zwar nicht unheimlich schwer bewaffnet, mal abgesehen von der Cutlass Blue. Die hat schon eine ordentliche Bewaffnung. Aber sie hat eben dieses Docking-Colar, worüber wir eben schon gesprochen haben, womit eben ein Kapern sehr gut möglich sein wird. Diese Docking-Colar, die haben normalerweise nur größere Schiffe. Und jetzt, ja, nicht zum Beispiel eine Freelancer, wenn ich die vielleicht mal damit vergleichen sollte. Die hat zwar eine Luke, durch die man ins Universum raus kann, ohne dass es einen Druckverlust gibt im Inneren. Das heißt also, theoretisch wäre es trotzdem möglich, die Freelancer dann zu parken und durch diesen Port ins Universum zu kommen und dann eben zum anderen Schiff hinzuschweben, um es dann zu kapern. Dafür müsste es aber vorher mal bewegungsunfähig geschossen werden. Deswegen hat die Cutlass auch standardmäßig die Sucker-Punch-Kanonen unter den Tragflächen, die ja, wie wir alle wissen, dafür sorgen sollen, erstmal auf die Schilde zu gehen. Und wenn die Schilde dann runtergeschossen sind, dann überlasten diese Kanonen den Kern, sodass das Schiff praktisch einen Ausfall des Energiekerns erleidet und somit dann manövrierunfähig wird, in sich aber intakt bleibt. Und das sind natürlich dann besonders gute Waffen für Piraterie, denn man möchte ja möglichst die Waren und vielleicht auch die Personen oder natürlich auch die Schiffe nicht zu stark beschädigen, um sie dann eben kapern zu können. So, dann die nächste Frage. Kann man NPCs kaufen, die dafür sorgen, dass große Schiffe bewacht werden, auch wenn man selber sich auslockt? Ja, das sind, nach meinen Informationen, ist das auch möglich. Frage ist natürlich immer, wie effektiv sind solche NPCs. Ich denke mal, das ist dann ähnlich anzusehen, als wenn eben ein NPC-Schiff im Universum rumtreibt. Das heißt also, es ist nicht unernehmbar. Ich denke mal, dass echte Spieler mit ein bisschen Übung besser spielen als NPCs, zumindest als die meisten NPCs. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr NPCs anheuern, die ein Schiff bewachen, wenn ihr denn nicht mehr online seid. Jetzt fragt sich natürlich, wo ist das überhaupt nötig? Das ist nur nötig bei richtig, richtig großen Schiffen. Das heißt also, Javelin oder wenn die Javelin sogar noch sicher auszulocken ist, dann eben Bengal und Pegasus-Klasse und was nicht alles. Ja, also richtig, richtig große Schiffe, da macht das Sinn und das macht dann eigentlich auch nur Sinn, wenn oder diese Frage würde sich ja dann darauf beziehen, dass keine menschlichen Personen mehr an Bord sind und dass ihr eben einen Bengal-Carrier mit 700 NPCs besetzt, zum Beispiel, der dann dafür sorgt, dass dieses Schiff bewacht wird, halte ich doch für durchaus unrealistisch. Aber gut. Und bei anderen Schiffen, wie zum Beispiel, ich nehme nochmal Cutlass, Freelancer, eben alles so was normale Schiffe sind, sag ich mal, die wir später sehr häufig im Universum antreffen werden, diese werden dann selbstverständlich despawnen, wenn ihr euch ausloggt. Von daher, ja, werden wir da einfach wahrscheinlich keine Verwendung für haben. Aber theoretisch ist es möglich, dass NPCs weiter euer Schiff bewachen, wenn ihr euch ausloggt. So, Freunde, das war es auch schon wieder mit den Fragen für diese Episode, das war nicht so viel. Von daher, ja, würde ich einfach mal sagen, diese Episode beende ich mal an dieser Stelle. Wenn ihr neue Fragen habt, schreibt sie gerne wieder auf die Facebook-Seite, ich mache da eine neue Fragerubrik auf. Und es könnte jetzt sein, dass das nächste Knusperklärtauf ein bisschen länger auf sich warten lässt, denn ich sammle jetzt erst nochmal ein paar Fragen an. Und die wichtigsten Fragen, ist klar, die haben wir auch in den ersten Episoden dann natürlich wegbeantwortet. Da haben wir ja sehr viele hintereinander beantwortet, von daher war mir das schon klar, dass das irgendwann abnimmt. Und an diesem Punkt sind wir jetzt. Und solltet ihr aber nochmal Fragen haben, schreibt sie da gerne rein. Sie bleiben nicht unbeantwortet und ich werde mich dann darum kümmern. Bis zum nächsten Video. Wegtreten! Wegtreten! Vielen Dank.